Hab den Kill. Hab den Kill. Hab den Kill. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal SkorpenPlace. Heute spielen wir eine Runde Infinite Warfare live und zwar mit der Sniper. Ich will mich davon überzeugen, ob die wirklich so overpowered ist, wie alle sagen. Seht ihr meine Klasse? Ich habe hier so ein Verfolgungschip. Dann schnell ziehen und vordergräuchte. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall habe ich es eingepackt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so wird. Ich habe noch nicht viel gesnippt. Ich bin halt auf Level, keine Ahnung, Waffenstufe 4 oder so und ich würde sagen, let's go. So, Leute, die Runde beginnt und zwar auf dieser neuen Strike Zone Map hier. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier so wird, Leute. Ob man hier gut snipen kann oder nicht. Let's do this, come on. Die werden auch schon da unten spawnen, oder? Verpfiffst du dich mal aus meinem Weg? Ob ich hier auch richtig snipen kann, richtig quickscopen kann. Hm, also ich vermute mal, ja, sie kommen hier. Okay, dann kann ich mich ja hier hinstellen. Drei, zwei, oh, nö. Also wenn ich einen Hitmarker gebe, darf ich jetzt Secondary ziehen. Das ist die AIMBRO-Regel, Leute. Und die werde ich auch befolgen. Oh Gott, er hat mich gefickt. Ich kann eigentlich ziemlich gut snipen, bisher. Aber wenn ich aufnehme, ist das natürlich was anderes. Dann werde ich natürlich absolut versagen. Siehst du schon den Sniper-Schuss hier wieder? Wah! Okay, den haben wir wenigstens. Okay, komm. Den hole ich, den verspreche ich euch. Nein. Okay, komm her. Lächerlich. Egal, egal. Läuft eigentlich ganz okay. Lächerlich, aber dass der Kill nicht gezählt hat gegen den einen Mann. Dass es ein Hitmarker wieder wurde. Die Match steht jetzt und ich hole mir den Kill. Komm, hol den dir. Genau das meinte ich. Lächerlich. Nö. Doch, doch, ich komm nicht, Alter. Ja, schön, egal. Läuft. Läuft gut, Alter. Let's do this. Come on. Come on. Turn the radio on. It's Friday night and night. Nein, 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 Bruder. M-m. Oh mein Gott, wie kann das den Kill nicht geben, Alter? Was? Holy shit, das fand ich schon ein bisschen unfair jetzt. Äh, okay, Leute, wie? Was? Wie habe ich diesen Collideral bitte weggegeben, Alter? Hitmarker in seinem Gesicht, Alter? Egal, Aimbrot-Regel. Okay, komm. Oh Gott. Diese Brücke gibt es nicht mehr hier oben, ne? Die war eigentlich immer ganz schön früher. Da konnte man immer gut durchsteppen. Was geht hier ab, Mann? Komm, jetzt geht es noch ein bisschen los hier, komm. Aimbrot-Regel? Okay. Jawohl, let's go. Ich würde sagen, wir machen einfach noch eine kleine Runde und gucken uns mal an, wie es nächste Runde so läuft. In your face, my friend. So, natürlich, die nächste Runde ist auf dieser Map hier, die ich vorgestern schon mal hochgeladen habe. Mal gespannt, wie die jetzt so wird. Wie mein Gesicht zu überhaupt... Ach, Schatz auf mein Gesicht. So, yo, was geht ab, hab ich schon erwähnt, dass es um 19 Uhr das Video auf Marcel Scorpion heute absolut Pflicht ist. Falls nicht, das Video auf Marcel Scorpion heute um 19 Uhr ist absolut Pflicht. So, was auch wichtig ist, ist dieser Snipe hier. Ein 2, ein 3, 2, 1. Weißt du, ich hab auch noch recht, aber ich zieh weg, ne? What the fuck, wurde ich hier gerade angehittet? Hätte ich fast den Triple Wall Colladible auf Doom kassiert. Ja, da ist jemand, okay. Das Ding ist... Muss man hier lang steppen. Ich hab den auch gesehen da unten, aber erstmal ist der hier wichtiger. Und jetzt können wir uns den hier holen, einen 360. Oh Gott, hätt ich jetzt geschossen. Oh Mann, Alter. Lächerlich. Guck mal, ah, nein. Frech von dir. Ja, komm, noch einer. Komm, zeigt euch, zeigt euch. Okay, den hol ich mir jetzt. Ist irgendwo einer, Mann. Okay. Hat sich genau gemerkt, dass ich da kommen wollte, ne? Schon irgendwie frech von ihm. Habe ich? Oh, ne? Oh, ich hab's mir schon gedacht, dass du da wartest, du frecher. Danke, da hab ich direkt mit die doppelten Punkte, hab ich mir da immer gegönnt. Sind in der Hotel-Lobby. Nein. Nein. Leute, ich hab den Collateral Hitmarker gegeben. Ich krieg zu viel. Heiliges Brötchen, das gibt's nicht. Collateral Hitmarker. Komm, noch einer. Hinter mir ist einer. Was soll ich machen, Alter? Ich geh wieder auf die lange Straße, hier. Okay. Boah, Leute, das ist echt belastend. Schon anstrengend. Komm, ich will dich wegknuspern. Komm, Digga, komm. Boah, Alter, der... Okay, das war lächerlich. 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 Jawohl, hab ihn. Okay, let's go. Boah, Alter, das war so schlimm, dieser Gunfight. Halleluja. Okay. Einfach challengen, Bruder. Du hast ihn doch schon angeschossen mit der Granate, Mann. Hinter mir. Ups. Oh, hier kommt einer. Jawohl, let's go, Alter. Ich hab in real life mehr gezuckt als im Game. Äh, okay, Leute, ich bin echt schon viel mit der Zweiter unterwegs. Verarscht. Bin ich auch verarscht. Wer gewinnt jetzt das? Er gewinnt das so. Auf jeden Fall. Safe. Ich sneak mich jetzt hier schnell durch. Hab den Kill. Hab den Kill. Hab den Kill. Jetzt ist keiner mehr, leider. Digga, Drohne haben wir. Oh, ja, Digga, du hast so kassiert. Bro, bro. Bro, bro, bro. Bombardement ist am Stissel. Okay, dann machen wir mal eins hier, eins hier und eins hier. Und warten jetzt einfach hier am Fenster, falls er hier doch reinkommt. Komm, Digga. Jawohl. Und den können wir uns auch noch hier holen. Läuft da eigentlich gerade, wa? Läuft gut. Leute, ich hab Warden. Ich hab Warden. Was? Was, Alter? Was geht denn jetzt? Ah, man. Fuck, fuck. Okay, ich gebe zu. Ich hab jetzt auch viel mit der Secondary gespielt. Okay, hab mich aufgelöst. Auch mit der Secondary viel gespielt. Aber ich hab auch viele Sniping-Kills gemacht. Nice. Bin übel zufrieden dafür, dass ich so selten snipe. Oh, hatte ich den dritten auch noch geholt, Alter. Let's go. Komm her. Jungs und Mädels, Alter. Oh, hatte ich ihm gegeben. Er war so weak, Mann. Aber ich hab zu spät reagiert. Wie schlecht der Monitor. Keiner für sich. Egal, 33 Kills mit der Sniper. Und die Runde davor war auch nice, Leute. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like dafür da. Checkt mein Video heute um 19 Uhr auf Marcel Scorpion. Auf jeden Fall ab. Mein letztes Video ist hier oben eingeblendet. Genauso wie der Abonnieren-Knopf, falls ihr noch kein Abonnent von mir seid. Das war's. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.